war noch mal schlau gemacht mit dieser generations ich werde immer den ganzen seeds nachpflanzen wahrscheinlich sterbe ich gleich am hunger oh oh ich muss mich beeilen ah ja rennen geht ja schlecht das ist richtig nice aus ich bin gespannt wie es mit shader läuft so da 3, da 2, da 3, da 3 26 Brote jetzt schnell mal essen hier so Spitzhacke, Holz, Crafting Table bisschen Cobblestone was macht der jetzt in meinem Haus raus in meinem Haus sind so drei Leute oder so bei mir, aha die rennen dauernd auf den Balkon und wieder raus die Homa bei mir rennen sie die ganze Zeit auf den Weg drehen sich um, rennen wieder rein, rennen wieder raus, rennen wieder rein, rennen wieder raus die hat noch irgendwas geschluckt ey ach ne die wollte ich ja mitnehmen die Spitze so Max will ich ein paar Brote ja ich hab 22 Stück noch wo bist denn du ah da, ne genau, die Post vor dir oh die Tür ist aber perfekt was ist denn da für eine Tür guck mal vorne, die Eingangstür muss hochjumpen Max, ich leg dir sie auf deinen Esstisch was machst du denn die Truhe nein, Esstisch da oben guck mal brrm 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 Alter, guck mal wie viele die drin sind ey, das ist ein Schmied ey mit dem kann man bestimmt nächstes Update hatten hehehe hä, wo kommen die denn alle her ah, so komm es doch, sorry ich bin jetzt so wie ey, Jens, ich glaub die kommen von draußen guck mal, Jens gucke die jumpen hier mal rüber jumpen hier rein und laufen hier rein und laufen vorne wieder raus und laufen dann mal hinten rein Max, du sollst aber pennen jetzt ja ich wollt oh nö aber ich nehm grad noch gar nicht auf deshalb ich wollt eigentlich gerade eben schon pennen gehen aber da hab ich gemerkt hm, du bist im Server Kicken kommt schlecht wenn dann in deinem Video oder so steht Kicken from the server hm hm wollte ich dann nicht so unbedingt die sehen alle gleich aus bei mir ach übrigens, das hier ist kein Hamashi Server ne hm hm der wird schön bezahlt hm hm Hamashi können wir uns nicht leisten hm Hamashi ist zu teuer ach wenn ich meinen PC als eigenen Server benutzen könnte sag mal warum ist, sind alle Villager sind weiß der eine hat irgend so ein Eisendinger und ist Schmied oder so und ist ein schwarzer ist irgendwie auch nicht gut alle weiß hier neben drauf und dann kommt da Max ich bring da drei Wolle Max werf das jetzt durch die Tür rein zwei drei Alter was machen Alter jetzt sind die da schon sechs Leute na guck 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 die wir dieser kids und unschuldige Menschen weil sie in meinem Haus sind das ist ein amerikaner Mann aber er ich muss doch ein Max fragt die Bobett mit der Wolle die ich darin geworfen Alter jetzt sind das sechs wo kommen die mann mann auch schlägt schon im Bett ich mach mir gerade ein Bett Alter wenn sich ein Villager an mein Bett liegt der rein pipit geht das überhaupt Alter verpiste ich jetzt an die Villager Max pass auf jetzt liegst du gleich im Bett und dann springst du einer auf dein Bett drauf wo du drin liegst hä was warum sitzt dich das Bett so hin wenn ich so gar nicht rammel ist doch egal jetzt Alter jetzt hat der Typ mich aus der Tür geschoren Max ah gut ja Epic Schalke spielt am Samstag um halb vier gegen Dortmund freu mich schon drauf Alter Alter warum machen die 36.000 mal die Tür auf weil sie wir hinlassen da war unser Server Team machen naja Max wir machen euch platt Mann Max ja vielleicht mal kurz aufsatzstoffen komplett warum warum ich muss noch was erlegen warte ich will erst noch meine Sachen fertig joo komm komm wie geht das was was der Zombie haut die Tür ein der Wildscher steht vor der Tür guckt raus so Wildscher macht die Tür auf rennt raus Zombie rennt rein kein Gift eingesperrt und dann greift mich dieser Zombie an also können wir jetzt pausieren okay dann stoppen wir's kurz ja am besten disconnect mal damit der Tag und so ah ja bis gleich Leute tschö so da sind wir auch wieder ähm grad jetzt wieder Nacht weil bisschen längere Pause und Max geht noch mal pennen joo Mann haut mal ab Alter Jens ich komm nicht in mein Haus in mein Bett die blocken mich alle machen die sagen was helf mir mal in meinem Haus helf mir mal in meinem Haus in meinem Bett warte geht Alter ich schieb mich schon wieder raus Alter ich setze jetzt noch ne Treppe vor dein Haus nee ne ne über eine Treppe wo nur wir hochkommen mach mal mach mal go ja ich bin grad jetzt nochmal zurück go 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 so jetzt leg ich mich grad hin mhm also rennen würde rein theoretisch gehen wärmten spielen also 45 fps das ist immer noch lag frei nur joo das ist mir zu wenig ne hast du ausgemacht ne jaja ich hab's nochmal abgebrochen ich hab aber gespeichert lass die Tür zu ich hab's zwischengespeichert damit ich nicht nochmal die ganzen Videos reinziehen muss und mir nochmal anhören muss ja du musst dir ja nicht ob man bekannt Alter warum bin ich nicht in das Haus gezogen hier sind Bücherregale das kann sein dass es mein Haus ist ja da ist ein Bett drin meins das ist saugemein ey du nimmst dir immer die besten Häuser ja hier ist das selber was was ich jetzt schon hab normal und hier ist so ein kleiner 3x3 Puff hmmm das Max komm mal runter hier ist ein Minengang ne ich will jetzt erstmal gucken was das hier ist welche weiß ich denn verstehe das Haus nehm ich alter das Haus ist so episch groß ne meines internet ist abgekackt ah jo soll ich dir was sagen was ist passiert meines internet ist abgekackt und soll ich dir noch was sagen eben war ich genau an der selben Stelle in der Mine ne was war da da war ne Steinwand jetzt bin ich nochmal runter gegangen nach dem Connecten jetzt ist doch ganz plötzlich Minengang oh oh jetzt werd ich voll gekotzt wo du lang gehen kannst du hm ja 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 siehste ey die Schienen nehmen aber mit für Railcraft brauchst du nur einen Blasen für Ernest aber nur brauchen wir hier nur Data die immer Rohstoffe sind aber auch seid ihr schon am aufnehmen ja da warst du aber noch drin wo wir noch mal begonnen haben hab ich auch gesagt Fett hat mir zugehört Drift Shop hihihi 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 umgezogen bin ich glaub die Öfen nehm ich gleich aus der Schmiede oh 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 ganz harter Luca is on mhm Gangster welcher Luca da ich hab ke' Fackle oder wer Fussiou der der gesagt hat ich hab ke' Fackle Fackle genau der ne ich Fussiou oder wie der heißt naja ich hab ke' Fackle du weißt ja echt nix oder du weißt echt nicht seine wahre Identität ist nicht gut nicht gut sooo und so ne hier pack ich drinnen fest Alter ich mag meine ich muss mal meine Höhlenplaylist anwerfen warte mal ich guck mal grad was brauchst ne Höhlen ne hallo? mein Haus ne was Haarausfall? mein ne ich mach jetzt einfach mein mein haus loses ne ich weiß gar nicht ob man mein Desktop sieht wenn dann seht ihr ihn hier so Ordner öffnen so was haben wir dann hier? Musik Höhe mit der Waypoint zu meinem Haus als Straßenperner Alter ich Alter ich weil ich gar nicht laut das ist kriegt ihr eigentlich das Achmed? ne ok ist nämlich voll die Horrormusik ok so unnötig grad 20 ja jo hört sich erst wirklich ne Türme nö lol jetzt so das ist übel im Rücken hm hm ich weiß jetzt allerdings wie laut sie im Let's Play ist ey Jens ich komm auch mal da zu dir oh Jens wahrscheinlich ist es so wie in deinem ersten Let's Play wo es so übeld laut war ja Junge dafür kann ich nix da hab ich die Musik noch mit dem Movie Maker hinzugefügt hä und wo hast du Schienen gefunden oder hast du gesagt wenn du Schienen findest? ich hab Schienen gefunden ich hab's abgebaut hä wie hast du denn die Mine gefunden? ich hab mich runter gegraben und dann hab ich Holz nahe äh also hab ich da rechts Holz gesehen wo ich Erze abgebaut hab und dann ja Mine mhm auf jeden Fall naja Musik Scheiß Kohle ich glaub ich muss mal ich muss mal klar durch Abend noch mal alleine du hast meine Schuhe an achso die Schuhe sind oben in der Kiste hä nein ich hab gar doch ich hab sie an Läufer achja weil ich eben gegen Zombie gekämpft hab hier deine Schuhe Alter was ist denn hier drinne? guck mal hier runter ey ich hab dir deine Schuhe gegeben echt? guck mal hier runter guck mal hier rein Alter was ist denn hier an ich muss mal noch mal so ein Abend machen wo ich einfach nur noch mal Meins gehen mit sonst an Horrormusik hab ist immer geil alles meins alles hier ist meins du 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 ey das ist Oji Achmed Oji? Kohle manchmal aber nicht wenn es in der Decke ist wo ich nicht rankomme ja gut da wo ich da an all die Musik die passt aber übel und ich hab immer noch meine 60 FPS in der langweiligen Hölle Miene was immer auch immer auf dich Alter ich will die Musik ich schick dir ich müsste immer die Playlist schicken aber die kannst doch wahrscheinlich nicht runterladen weil es zu viel ist ne die hatte ich auch schon mal achja das war ja die die ich dir geschickt hab ne ja die war auch irgendwie langweilig ich hab nix dagegen ey wenn ich das Meide vorspielen würde die würde ausflippen die würde sagen mach das aus mach das aus gell Meide um was gehts denn? die wird immer gleich aggressiv ich hab grad ich hab grad verhöhlenhorrormusik an oh ich bin doch nicht aggressiv willst du mal hören? ist ja ja klar ja uuuuuh eigentlich hat sich jetzt ja eigentlich hat sich jetzt eigentlich hat sich jetzt nur selber aufgenommen wie er auf außen tickt war jetzt sind wir los uuuuuh nein meine Spitzhacke hier vorne steht mir Jens kommt da heute noch was? ich hatte die Musik grad an Max hat's ja gehört aber du irgendwie nicht ja so leicht ey das war so laut ich hör das nicht ich hör das nicht ja ich hab sie jetzt auch nochmal leiser getrennt weil es sonst nachher am Video zu lautet was ist denn hier ein Cobblestone? was hast du gesagt? kannst du nicht einfach Cobblestone metzen die Musik die erschreckt mich hey Jens wo bist du denn hin? ich bin weg bist du denn nur weggegangen? und nö ich hör Cave Spiders zeig mal ich hör sie ich hab nicht mehr Sound da ja komm wir zu mir jetzt ist der Sound zu laut jetzt ist der Sound zu laut mach es auf 20 das ist perfekt ah ich schalte grad die interne Musik aus das ist 22 ist jetzt aber auch egal ja 22 also zwischen 20 und 25 will ich sie stellen da ist sie eigentlich perfekt hä wo wo? ah da bist du Adam ich besiege die Pasta die Hüfe geil hä wo bin ich denn jetzt? hier ist Lava hier ist Lava ich flink na weiter ah Alter Alter also das ist Bitter rennen reine 30 rennen riech ук dann riech 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 ich grab mich jetzt hier runter Du musst dich durchnagen. Meinst du die Ga... Sind die links, rechts oder? Rechts, also wenn du im Gang stehst und gegen die Wand aufstehst. Ja, ich hab sie schon gemacht. Hier sind sie... Ne, ist ne normale Schwende. Aber nur eine. Oh ne, ich geh da nicht runter. Ich geh da runter. Was ist das hier? Ich baue sie mit der Axt ab, alle Ehrense, die ich jetzt finde. Also wenn Datei angefangen, ist das nicht gut. Also wenn noch dazu so kleine Läcks dazwischen sind, dafür kann ich nichts, dass es raps, wenn es eine neue Datei aufregt. Ist das schlecht. Warum ruckelt das dann bei dir? Keine Ahnung, das ist eigentlich schlau. Loll. Ne, ruckelt. Da hab ich die 15 Torches, ja. Von mir wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wobei es ist. Alter. Ich hab Angst. Ich lass erstmal alle Ärzte überall. Leuchte am besten immer Höhlen aus. Sind das... Ne... Ah! Gell, Spider? Sag dich doch. Und ne Minentruhe. Ich baue den Spawner ab. Irgendwie scheiße sieht das aus. Aber da ist ne Truhe mit zwei Diamanten, sieben Eisen und rot. Da haben wir schon vier Diamanten, das ist gut. Ich verstehe die Welt nicht mehr, ihr habt Angst vor Spinnen. Ja, aber nur vor denen. Hallo, die Spinnen, die sind so groß wie hier. Die vergiften einen. War nicht hier. Hier können sie... Achso, dann werd ich auch ab demnächst nochmal mein Fairlettsplay nochmal neu starten. Alles löschen, was ich bisher so hatte. Und nochmal neu anfangen, ne? Wollt ich immer so erwähnen. Hat es ja voll gelohnt, den anderen PC aufzurüsten. Ich glaube, ich geh hinten und hol die vier Gigabitram raus und mach den mit meinem PC in einer Absatz 12. Oh, komm. Ich hab auch gefragt, was es so kostet, meinen PC auf 32 Gigabitram hochzumachen. Das kostet mir, ich warte, was war es? 400 Euro oder so? 3. Einmal so nacheinander so ein kleines bisschen. Eigentlich nachher so ein 8K mit 32 Gigabitram. Kann ich das Ding als Server benutzen? Vermietmaß. Ich hab auch Geld, das ich damit einnehme. Kann man grad nochmal so ein PC holen. Ja, für mich. Alter, ich hätte aber wohl gern 24 Kerne. Ja, ernst ist gut. Hallo, 24 Kerne, das Server. Ja, ernst ist... ist gut.